Alles neu macht der Mai. Das gilt auch für den Radklassiker, den viele von uns wohl heimlich immer noch das Radrennen rund um den Henninger Turm nennen. Am Samstag lief nun dieses Rennen im Herzen der Stadt unter neuem Namen rund um den Finanzplatz Eschborn Frankfurt. Einer, der sich auch noch nicht so ganz an diesen neuen Namen gewöhnt hat, ist der frühere Radprofi Hannes Blank aus Dieburg. Er trat am Samstag als jedermann in die Pedale, um Geld zu sammeln für die Stiftung Bärenherz. Wie hat sich denn das jetzt angefühlt auf dem Rad? Es war schon ein erhabenes Gefühl gewesen, auf einmal mit knapp 4000 Leuten, um die Wette zu fahren. Aber wir vom Bärenherz waren da super aufgehoben und es hat sehr viel Spaß gemacht, da mitzufahren, Bärenherz zu präsentieren. Und dadurch, dass wir auch von den Organisatoren der 1A unterstützt wurden, war das eine sehr gelungene Aktion gewesen und dadurch hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Einsatz für Bärenherz? Der Klaus-Dieter Schabbel ist eigentlich für dieses Team Bärenherz so der Hauptorganisator, der hat das ins Leben gerufen. Und er war früher, als ich bei den Junioren fuhr, war er der Mechaniker meines Teams gewesen. Und dadurch sind wir immer in Kontakt geblieben und vor zwei, drei Jahren hat er mich mal angesprochen, ob ich denn Lust und Zeit hätte, mal für Bärenherz bei, das waren 24-Stunden-Rennen, da teilzunehmen. Damals, als ich für La Monta als Profi fuhr und so ist der Kontakt immer geblieben. Und ja, jetzt habe ich das erstmal in einer eigenen Aktion quasi gestartet mit diesem Henningerturm-Rennen. Henningerturm, was höre ich da? Mir passiert es. Beim Rennen rund um den Finanzplatz Echborn-Frankfurt. Ja, und dadurch kam es, dass wir da für Bärenherz diesmal am Start standen. Und es war auch irgendwie eine Wette, ne? Ja, der Grund, warum ich wieder in den Sattel gestiegen bin, ist eine Wette, genau richtig. Ich habe mit einem Freund gewettet bei Facebook, dass er dort eine Gruppe eröffnet. Und wenn die mehr als 500 Mitglieder hat, dann muss ich wieder in den Sattel steigen. Ich habe damit gerechnet, dass es höchstens 100 wären, wenn überhaupt. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und nach knapp einer Woche waren dann die 500 erreicht. Und demzufolge muss ich mich jetzt wieder abstrampeln. Muskelkater? Muskelkater eher weniger, aber ich bin doch ganz schön kaputt. Am Wochenende zwei Rennen, das war schon heftig für mich. Kennen Sie so gar nicht mehr, ne? Doch, ich kenne es schon noch, dass ich sehr kaputt war, aber da waren die Rennen größer gewesen. Das ist alles ein bisschen kleiner. Werden Sie sich denn jetzt auch weiterhin für Bärenherz einsetzen, für die Stiftung? Das ist ja ein Hospiz, das sich um sterbenskranke Kinder kümmert. Richtig, das Hospiz ist jetzt in Wiesbaden für schwerstkranke Kinder. Und ich werde noch weiter dahin aktiv sein. Und zwar im August ist das, glaube ich, der Half Iron Man in Wiesbaden. Da werden wir mit einer Staffel antreten, bei der ich teilnehme. Und mal schauen, was ich noch für kleinere Aktionen zwischendurch realisieren lasse. Hannes Blank aus Dieburg steigt wieder in den Sattel für die Stiftung Bärenherz. Danke, dass Sie da waren. Sehr gerne. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie da waren. Untertitelung des ZDF, 2020